auch nicht schlecht im gruselwald kleine skelettchen sehr schön großer zaun den hat mir doch schon dachte ich ja noch was auf die mütze gekommen er es ist mein buggy wieder irgendwo cool weiter geht's sehr schön also man kann die welt natürlich hier gestalten wie man möchte was ich sehr schön finde übrigens was ich allerdings nicht weiß ist wie muss ich jetzt was markieren kann so da ist der lavastrom kann ich mich hier da ist der lavastrom und wir müssten unser zuhause unser zuhause sozusagen müsste ja dann theoretisch ich vermute mal irgendwo hier sein aha okay moment ja danke ich weiß es gar nicht ist es der lichtschein da hinten kann ja das hier nicht sein oder oder doch scheinbar hatten wir sowas schon kleiner zaun ohne glaube ich sehr schön okay keine ahnung weiter ich kann mir glaube ich jetzt auch den buggy wiederholen jawohl hinein also ich fahr in die falsche richtung ne das heißt ja mal kapieren wo du da lang musst schädel ok oder war ein bisschen zu steil der berg vielleicht ja na komm na komm na komm na komm die steuerung echt ist so hakelig das ist ja furchtbar ja warum trifft mir hier wo kommen wir rein sehr schön weiter geht's na komm kleines lego mobil hier na jetzt na jetzt noch mal die schnelle oh 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 na ach das ist nur ein eis am stiel was haben wir denn da na komm schon da geht's wieder ins wasser da ist es mir aber zu nass und zu kalt ich geh mal hier weiter oder ich steig mal in mein buggy ein mal gucken wie weit ich komm aua nicht allzu weit ne nicht so wirklich adi mhm ok da geht's auch nicht wirklich weiter ok dann bauen wir uns doch einfach mal einen neuen Tunnel nein 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 ich muss wo muss ich denn hin wo muss ich denn hier hier muss ich hin haben wir auch nur irgendwas sehen tät gell nein nein äh ah aha ok geh'n durch geh'n durch geh'n durch geht's da irgendwo hoch? hm weiß man nicht keine ahnung ich weiß so dass ich jetzt wieder ganz woanders bin aha okay das sind die flugzeuge alles klar da schnappe ich mir jetzt 1 das ist das ist das sehr schön hinaus übers meer was habe ich hier gefunden ich hänge im baum fest ich hänge im baum fest wo sind wir hier okay sehr schön keine ahnung ist es denn die ganze welt oder weiß noch nicht so genau sehr schön ja 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 sehr schön weiter immer weiter immer weiter immer weiter absturz nicht ganz okay kann ich da wirklich bis an das Ende von dem grauen Feld oder was ist das oder wie ist das kommt da noch was oder kommt da nichts bis jetzt nur was und da kommt land kommt land okay was haben wir denn da das ist dasselbe das ist das gleiche okay eine Eiswelt cool ein Schneemann die welt ist einfach nur riesig ist einfach nur eine riesige welt Satellitenschüssel okay einfach mal so mitgenommen ich hänge schon wieder fest hoch jawohl über die bäume ja alter wie groß ist die welt oh sieht nach lava aus so abwärts alter wie groß ist die welt wie groß ist denn die welt wie groß ist denn die welt die scheint ja riesig zu sein die scheint echt riesig zu sein so was haben wir hier und schrott platz zack okay ich schau mal auf die karte die ist wirklich riesig die welt ja aber ich kann mich jetzt nicht wirklich bewegen weiß ich ehrlich oder warte mal nee auch nicht ich kann die karte nicht wirklich bewegen na gut okay auch nicht schlecht wo ist mein flugzeug mein flugzeug mein flugzeug da also die scheint echt riesig zu sein diese welt der lego mond okay also die welt scheint echt riesig groß zu sein es gibt also unheimlich viel zu entdecken so wie es aussieht so wie groß ist denn das ja 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 ja